Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft im Singleplayer. Ja, wir haben letztes Mal unseren Garten, unseren Kellerräumchen hier fast komplett fertiggestellt. Also an sich den ersten Schritt haben wir gemacht. Wir haben das Wichtigste hier gemacht. Ihr seht ja Gold, Smaragde, Dias, selten ist Eisen, Repstone und Lapinda. Lapin, nenn ich das einfach mal. Das lief doch ganz gut an sich bis jetzt. Wir haben jetzt noch zwei Missionen vor uns. Erstmal ganz wichtig. Ich sammle hier nochmal schon mal kurz ein. Ich kann das nicht so sehen, wenn er hier so gewachsen ist und man lässt das gute Zeug hier. Es vergammelt ja nicht, aber es geht so nicht. Es geht so nicht, ich muss das mitnehmen. Na, es ist einfach nicht anders möglich. Alleine hier die guten Smaragde, da drüben die guten Dias. Das ist einfach nicht anders machbar. Komm her, hier. Gib mir das ruhig, du. Da, wer damit. Gib, gib. Und hier auch. Wer damit sagt die Post, ab die Post. Ja, damit schnell leer. Ich bin nur gerade um zu überlegen, wie wir das machen. Wir haben ja eigentlich... Ich weiß bloß nicht, wie wir da rankommen. Also machbar sollte es sein. Wir müssen uns das mal genau anschauen. Wir wollen noch die Truhe machen, dass sie damit verbindet. Ich bin schon überlegen, ob wir zwei, drei Stück hier unten hin machen. Ja, mal schauen. Wie genau wir das geregelt kriegen. Müssen wir mal echt uns anschauen. Na, wir haben ja nicht nur einen Controller. Wir haben ja zwei. Und eine ist ein bisschen weiter unten. Und der müsste vielleicht auch denn das eine Ding erwischt kriegen. Hier ist auch nochmal Gold gespaw, äh, gewachsen. So. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Dann könnten wir, glaube ich, die Fächer wahrscheinlich nach oben hin verbinden. Das sollte eigentlich hinhauen. Das sollte eigentlich gehen. Wollen wir das jetzt weggeben. Machen wir erstmal hier nochmal. So. Okay. Passwogel oder Lüft. Perfekt. Guckt euch das woanders an, dass ihr da schon zusammen habt. Aber wie gesagt, eine Menge, ne? Und dabei haben wir uns gestern erst fertiggestellt. Das ist echt gut. Also mit ein bisschen da hinten mit dem Zeug haben wir eigentlich keine Probleme mehr. In solchen Sachen. So. Jetzt muss ich eigentlich gucken, dass wir uns mal da dran vorbei arbeiten und hochgucken. Ich weiß nicht. Da kommt er schlecht dran vorbei. Wir müssen das mal hier alles aushöhlen. Guck mal, hier ist ein... Ach, guck mal, da ist das. Okay. Da müsste man eigentlich wirklich nochmal... Muss ich gerade echt mal gucken, wie wir das machen hier hinten. Also ein bisschen Platz schaffe. Leid, das brauchen wir nicht wegnehmen. Den Schauvel haben wir gerade gar nicht. Dann müssen wir die Erde halt so wegnehmen. Erst einmal machen wir das wieder dicht da oben. So. Die Erde kommt ja aus und weg. Aha. Was ist das denn? Ach, das ist der Raum. Okay. Aber der Raum ist doch dahinter? Das müsste doch dahinter sein. Hm. Okay. Wir müssen ja irgendwie hier unten rankommen. Fragt mich bloß, wie wir da unten rankommen. Wir müssen das ja miteinander verbinden. Mit diesen Dingern da. Das heißt, ich muss eigentlich hier auch nochmal gucken, dass ich hier mit euch nochmal... Guck mal, hier geht es auch noch irgendwie runter. Guck mal, hier ist das Ding. Aha. Okay. Gut. Ja. Da sind wir da ganz okay. Da müssten wir längs, hier. Seht ihr? Da müssten wir hier hoch, da rüber. Ein hoch hier, damit wir da kommen. Dann können wir die Dicke wieder dicht machen, die Wand wieder dicht machen. Dann haben wir den Weg eigentlich schon. Eichenverkleidung brauchen wir dafür. Eigentlich ist das egal, welche Verteilung wir nehmen. Aha. Okay. Ich weiß bloß nicht, wie viel wir davon brauchen. Vielleicht langer, zwölf Stück. Wir fangen einfach hier unten in der Ecke an. Ah nee, Quatsch. Eigentlich gar nicht wahr. Eigentlich sollten wir lieber da anfangen. Ist doch richtig, ne? Da anfangen. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Das muss ja noch irgendwie hier rauskommen. So. Das sollte eigentlich lang. Dann sind die miteinander verbunden. So, hier oben hatten wir die Steinchen. Dann ist hier schon wieder dicht. So. Was heißt eigentlich, ist der Controller damit schon verbunden? Also, wir müssen uns hier mal wieder dicht machen. Erstmal, dass es so vernünftig aussieht hier. Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja schlimm hier. Ne, das ist einer zu viel eigentlich. So, bleibt mir sogar ein bisschen was über. Okay. Ähm. So. Und so. Passt. War gut, und hört Lüft. Und da kommt wieder das Lämpchen hin. Gorn so einfach. Das ist schon mal gut. Das ist nicht verkehrt so. Das ist schon mal richtig gut. Damit haben wir die ja eben schon mal miteinander verbunden. Ist das überhaupt auch Marmor? Wie ist das denn hier unten Marmor drin? Okay. Gut, dass der Marmor vielleicht da drin ist. Okay, gut. Aber der andere Marmor geht ja eigentlich nach oben. Naja, gut. Lassen wir erstmal da drin. Das heißt, das ist schon miteinander verbunden. So. Wie war das denn immer? Ich überlege immer, warum man das bauen muss. Den Mist. Mit Trichter und so. Vom Trichter zurück. Hin zum Dings. Oder zum Trichter. Der Trichter zieht raus. Oder müsste eigentlich vom Trichter weg sein. Eigentlich. So, das ist alles Quatsch hier. Jetzt brauchen wir. Aber wir machen das. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal unsere Werkzeuge reparieren. Toll. Ach nee, warte, können wir mal woanders machen. Warte, mich in die Rolle drüber hier. Ach, danke. Wo ist denn der tolle Tisch zu reparieren? Da. Nee. Da ist er. Aber man sollte natürlich auch die Richtung auswählen hier. Ich weiß, ich weh das nicht. Und wir haben ja festgestellt, dass wenn wir das so machen, dauert zwar einen Augenblick länger, ist aber sparsamer. Ja, ja. Nee, 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 nee. So, haben wir das einmal komplett durchrepariert. Ich weiß nicht, ob wir davon noch welche hatten. Ach so, jetzt weiß ich, worauf ich das dahin gepackt hatte. Ja, ja. So, hier müssen wir erstmal, oh Gott, gut, das hat die Vorteile an sich, mal gucken, wann hier das zu Ende ist, da ist das zu Ende, okay. Jetzt weiß ich, warum ich das so gemacht hatte, so, wir fangen erstmal ein bisschen an hier, so erstmal, jetzt sind da jetzt auch eine hin, und da auch eine, da oben, das ärgert mich jetzt ja schon, wenn ich das sehe. Okay, so, ähm, Ach, Marmor, nice. Ah ja, fast richtig abgeschützt. Dove Erde hier. Kann ich auch gleich wegnehmen. So. Grrrr. Noch haben wir ein bisschen Platz, nicht mehr, ja, allzu viel, aber noch ein bisschen. So, sowieso jetzt mal gucken, dass wir das in der Mitte wegkriegen. Ah, ich weiß, wir haben gerade keinen Platz mehr, ist ja auch in Ordnung, ist auch kein Problem. Ach, wie schon das Marmor da oben sehe. So toll. So. So. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und gleich muss ich schon, müssen wir schon weit essen hier. Meine Güte. blub 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 und bald müssen wir auch schon wieder uns ein bisschen zu essen machen wir haben zwar das große dabei was größer eher für touren sein ist ja auch ganz wichtig ja ja komm erstmal zu ende da wieviel schon wieder von dem ding weg ist hier aber jetzt nicht mehr jedenfalls nichts weg was stört also wo wir sagen müssten oh oh